14. Platz, Kevin F. Hinnigen und bestes Gespann, derweil Karteilnehmer und Rangnummer von Bögen 10, Neumann Müller und gleich dahinter, Naps dahinter, ist hier, aufgangsicht, CD32 und IC ist, Kohlmann-Teuer. Die Ego ist ein Karteilnehmer. Die Vile-Sendung, die Session der Freemburg, der Fassens-Rider, Nr. 1, der Zwischen 20, Kevin F. Und in 15. Position der Schwarz-Richter, Naps dahinter, Naps dahinter, Naps dahinter, Naps dahinter. Wir haben noch einen Aufmerksamkeit, der jetzt aus, nach dem Jahr, und in diesem Jahr geht es für den Mann nicht weniger gut aus. Um ending diesem Jahr, da ist die Aufmerksamkeit,' nicht so schlecht, selbst mimischer Anstrengung, die bei der Fortnite vor Steff Roman-Aktival vor debe es für dennormalen Strang nach dem Fall. Und damit sie bitten, die im Meister rote Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt geht's los! Untertitelung des ZDF, 2020 Noch nie in einem zweiten Wagen Weltmeister, dass die Klaus gewinnen können! Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann die Startnummer 1, der Mann, der gibt's weniger als 70 Kompi-Segel auf seinem Donner-A-Torz-Tieler! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mehrere Gespanne fuhren ineinander. Dabei wurde der Brite Simon Pryor in die Leitplanken geschleudert. Während Parzer wie durch ein Wunder nur leicht verletzt wurde, bezeichnen die Ärzte den Zustand von Pryor, der schwere Kopfverletzungen erlitt und im Koma liegt, als sehr schlecht. Das Rennen wurde nach dem Unfall abgebrochen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017